Dieses Schwarz-Weiß, das ist schrecklich Oh Hi Oh Gott, oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ebenfalls und herzlich willkommen zu Layers of War 2, der äh der siebten Folge Hier sind wir stehen geblieben und hier machen wir auch weiter Ähm Okay Äh, ja Don't worry One day we'll get to see how it ends Bathroom, oh Okay Dann, hallo Ah, danke Ähm Ich weiß nicht, ob wir wieder eine Stunde lang diese Folge machen oder kürzer Ich hab noch keine Ahnung Allerdings, äh da das Spiel sehr lange geht würde es sich denke ich mal viel mehr lohnen Naa 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 Lili What if something bad happens? What if I can't find you? Schhh, hör auf meine Sprache. Halt es tief in die Seite. Und ich werde immer da für dich sein. Sehr gruselig. Ich habe so das Gefühl, dass es sehr gruselig wird. Ey. Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Schön. Ähm. Ei, ei, ei. Oh Gott. Oh, das ist das Badezimmer. Ich will gerne raus. Gut, geht nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Und es ist auch schade, weil es am Ende des Tages ist, es ist nur so verabschiedet, wie wir sind. Aber wir haben dann Waschbecken. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Ich verstehe es nicht. Habe ich es richtig gemacht? Was ist das denn hier? Ah, cool. Wurde auch Zeit. Oh, oh, oh shit. Solltest du sein? Okay, ich glaub schon. Ich geh mal hier lang. War das schon Act 3? Oder haben wir verkackt? Okay, wir haben nicht verkackt. Anscheinend sollte es so sein. Okay, krass. Sehr geehrter Herr. Okay, wow. Hilfe. Okay, das war ein Brief von der Stadtverwaltung. Ey, wo lang denn hier jetzt? Ähm, ja, das, äh, derjenige, der hier wohnt, oder wohnt hat. Ähm, krass. Show yourself, you one-eyed freak. I'll make you wish he had a spare. My hero. Genau, ähm, sorry. Genau, derjenige, der sollte, ähm, ja, das Haus so auf Vordermann bringen, sag ich jetzt mal. Ähm, oder auch so Brandschutz-Maßnahmen und so durchführen und, ja, that's it. A little spark is all it takes. Okay. Oh shit, wo sind wir denn jetzt? Oh, verdammt. Das ist cool. Ist das, ist das hier so eine Art Labyrinth? Oh, okay, das ist cool. Das ist richtig cool. I like it. Ähm. Stay out of it, Lily! Why, why can't you just, just leave us alone? You filled the boy's head with nonsense. As if he wasn't useless enough. Okay. Wir sind jetzt drin. Ugh. You're, you're the one who's useless. You cruel, one-eyed freak. What did you call me? Get away from him. You, you monster. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist krass. Wir sind einfach schon wieder. Das ist das Labyrinth von The Shining, vom Overlock Hotel. Oh mein Gott. Digger, ich habe jetzt nicht keinen Millimeter bewegt. Was willst du? Oh mein Gott. Wie krass ist das? Wie krass ist das? Das ist einfach das Labyrinth von dem Film The Shining. Das ist unglaublich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Hammer. Oh. Ich weiß gerade, da steht einer. Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ich denke mal, das ist richtig. Ich weiß gar nicht, ob wir hier lang müssen. Oh nein. Krass. Wenigstens können wir hier weitermachen. Ich bin fasziniert. Ich frage mich aber, warum The Shining? Was hat das Spiel mit dem Film zu tun? Ich verstehe das nicht. Ich meine, das ist krass. Das ist einzigartig. Das ist ja mein... Also, The Shining ist ja mein absoluter Lieblingsfilm. Aber ich check einfach nicht die Intention. Was hat das Spiel mit dem Film zu tun? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss gerade gucken Gehen wir jetzt überhaupt richtig? Oh mein Gott Okay, ich muss sagen Es ist schwieriger als gedacht Viel schwieriger Ich verstelle hier die ganze Zeit aus Was in die Ansicht Was in die Zeit Was in die Zeit Was in die Zeit Vater, es ist heute. Ich weiß. Ich werde sie sehen. Vater, schau dir das Haus, während ich weg bin. Hast du nichts für James bekommen? Es ist auch sein Tag. Ich musste etwas für deine Mutter kaufen. Das ist alles, was ich fürchten konnte. Bitte, hilf mir. Es tut mir leid. Ist es vorbei? Nein, Herr Hardy. Es ist nur nur Anfang. Boah, krass. Okay, wir sind schon wieder hier. Hammer. Meine Geistern, wie in einem Traum, sind alle abgebildet. Mein Vater verloren. Die Schwierigkeiten, die ich fühle. Ich bin fasziniert. Wirklich. Ich bin fasziniert von 342. Einfach schon wegen diesen The Shining Dingern. Das ist komplett blutig. Oh! Okay. Super. Hallo? Ah! Was ist hier passiert? Warum sind überall Äste? Ähm. Was ist hier passiert? Charakter, ziehe es durch. Ist das Charakter? Safe, oder? Lasse dein Herz bluten. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt nach oben. Hier haben wir noch nichts. Aber, wir haben schon ziemlich viele Poster. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und uns fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noch 6 Poster. Okay, 7. Okay, 8 Poster. Uns fehlen noch 8 Poster. Ich glaube, das wird ziemlich lange. Der Sturm ist immer noch nicht weniger geworden. Okay. Okay. Steht hier. den Charakterformen-Findepunkt. Mach einen Schritt zurück. Atme durch. Denke an die Momente, die das Leben verändern. Durchgestrichen haben, die sich, die sie beschreiben. Okay. Ja, dann gucken wir uns jetzt wieder einen tollen Film an. Yippie. 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 Das sah verdammt gruselig aus. Okay. Dann. Gehen wir los. Oh Gott. Wir sind wieder hier. Oh, das gefällt mir nicht. Ich mag diesen Ort nicht. Ich mag ihn einfach nicht. Oh. Oh Gott. Ist das hier die Küche? Also. Ja. Gastronomie. Das ist die Küche. Das ist ganz schön groß hier. Hier geht es auch noch weiter. Das sieht mir aus wie so ein Weinkeller. Okay. Okay. Da gehen wir gleich lang. Weil da hinten konnten wir glaube ich noch irgendwo lang. Okay. Konnten wir nicht. Das heißt wir gehen direkt direkt da durch. Und da ist wieder Farbe. Und Ratten. Oder Mäuse. Whatever. Was ist das? Ist das ein Funkgerät? Oh mein Gott. Oh Gott. Ach das ist eine Tür. Ich habe gar nicht gesehen die Tür. Geh auf. Sei da für sie. Wie sie war für dich. Oh Gott. Oh Gott. ich mag es nicht ganz und gar nicht hier würde ich stehen bleiben hier ist viel licht das mag ich was machen wir da was halten wir jetzt hier hoch ok wir sind anscheinend okay wir sind anscheinend in lüftungsschächten oder so was ähnliches denke ich mal verlieh den charakter finde dich selbst verlieh den charakter verlieh dich selbst gut gemacht sehr gut gemacht hier war ich mal ganz am anfang krass ne geht immer noch nicht ach freut mich aber wieder dass wir ein bisschen farbe hier haben dieses schwarz weiß ist schrecklich oh hi oh gott oh gott oh gott oh gott dankeschön dankeschön vielen lieben dank auch bitte nicht wieder schwarz weiß auch bitte ey komm leute hier ich Oh, komm mal ein bisschen schneller hier, dankeschön. Oh. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Bock ich mich. Bitte nicht schon wieder. Bitte. Noch ein bisschen Sarg. Ich hoffe, ich laufe richtig. Vergiss es. Ich liebe Farbe. Wirklich. Bitte lass es erstmal nicht mehr schwarz-weiß sein, wirklich. Das kann ich psychisch nicht. Oh. Okay. Wurde das mit Blut irgendwie? Oder ist es einfach eine gute Farbe und ich... Ich hab keine Ahnung. Okay. Nicht cool. Wow. Wow. Kann ich auch wieder zurück? Schade. Nochmal. Was soll ich nicht tun? Oh nein. Oh nein. Was soll ich nicht tun? Was soll ich nicht tun? Bitte. Bitte. Ha. Warte mal kurz. Ha. Boah, was bin ich für ein Profi. Okay. Okay. Kann ich jetzt hier... Oh Gott. Oh Gott. Ah, ist nur eine Lampe. Oh Gott. Wie ist das? Warum gibt es von Layers of Fear eigentlich keinen Horrorfilm? Ich wollte gerade sagen, so von der Entwicklung von Insidious oder so, oder Entschuldigung, dass wir voll gut ankommen. Krass, das war einfach, das sollten wir öfter so machen. Es wird uns einiges ersparen, an Stress. Es gibt Dinge, die nicht sollten, sollten nicht gebrochen werden. Okay, sollte nicht, gut, wir wissen es. Oh! Oh! Shira, bist du okay? Okay, reicht. Puh! Ich werde mich nicht schmerzen. 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 Das meinte ich. Ja, Kinder. Das war's jetzt wohl mit Sandmann und Bernd das Brot. Irgendwas sagt mir, dass wir, wirklich irgendwas, meine Lieben, irgendwas sagt mir, dass wir noch irgendwann zum Overlook Hotel kommen. Übrigens, ich bin mal so nett, ähm, ich bin kein Mensch, der in Videos grüßt oder so, weil das ist Bullshit. Aber, ähm, aber ich grüße ganz herzlich mit voller Liebe und mit voller Liebe meinen kleinen Bruder. Ähm, damit freut er sich natürlich auch, ne. So. So, jetzt haben wir's gemacht. Warum bin ich immer derjenige? Okay, was will man uns sagen? Warum warst du da nicht? Warum hast du mich nicht schmerzen? Warum hast du dieses Monster... Oh, bitte nicht... Okay. Ich hatte grad Angst gehabt, dass es wieder schwarz-weiß wird. Muss hier noch irgendwas anklicken? Ja. Useless! Worthless! Ich hasse dich! Okay, wir müssen tatsächlich hier lang... Können wir das... Nein, können wir nicht. Ey, komm, safe! Wir landen doch irgendwann im Overlook Hotel. Hier ist schon so viel Shit jetzt passiert. Wir waren ein... Wir haben das Overlook Hotel von innen gesehen. Dann waren wir im Labyrinth vom Overlook Hotel. Das ist schwer. Nein, 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 nein! Nein! Verpiss dich doch einfach! Oh Shit! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Komm, jetzt mach hin hier! Oh! Oh! Ah, so, da lang! War grad'n bisschen verwirrt. Mal sagen kurz meine... Airpods reinmachen... Ich will lieber sofort da lang. Kann ich natürlich nicht. Ich muss hier lang. Oh. Schnell, 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 schnell. Wir rennen einfach durch. Oh Gott. Das ist so schlimm. Oh Gott. Oh. 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 Things happen. Bad things. I am still here. This is not the end. This pain will pass. The scars will fade. Okay, wir können nur rückwärts laufen. Wenn wir so machen, dann passiert das. Okay. Gott sei Dank. Schlimm. Richtig schlimm. Schlimm. Und genau deswegen gehe ich nicht in die Kirche. Oh Gott, der war so schlecht. Der war wirklich so schlecht. Und wer lacht wieder drüber? Natürlich ich. Mich würde es übrigens auch nicht wundern, wenn irgendwann hier Blut aus einem... Oh, perfekt. Wenn hier irgendwann Blut aus einem Aufzug schießt, ihr wisst, was ich meine. Hallo? Du bist verrückt! Ich habe eine Gespräche, die du nicht hörst. Warte mal kurz. Oh, 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 oh. Okay. Ich bin ja klar, muss ich irgendwas machen. Aber was? Warum hast du dieses Monster... Oh Gott. Oh Gott. Du bist nichts. Boah, wir müssen denen einfach die Herzen rausreißen, das ist krank. Ah! Du bist nichts. Ich würde ja auch mal gerne das inså rausreißen. Danke. Ich liebe dich. Wie cool ist das gemacht? Das ist richtig cool. Fuck my life. Entschuldigung. Ich hab so das Gefühl, das stößt gleich alles so komplett ein. Ah ok, ich verstehe. Oh, oh. Okay. Ah Schlimm Es ist richtig, richtig schlimm So, atmosphärisch Echt Mehr als nur ein Horrorspiel Weil das Spiel kriegt es einfach so gut hin Dass es sich so anfühlt, mitten im Spiel zu sein Ohne VR oder so Oh ja, super, cool Wir waren gebraucht, um immer zu leben Und ich werde Okay I will be forever Oh good I will be I will I will be Oh gosh Do you hear it? Record. Oh Gott. It comes for you. Don't fight it. Uh. Ist das wieder eine Anspielung auf The Shining? Das Blut hier und so? You will never be yours. Do not go into that with this flame. It was not meant for you. It will not make you. Your heart burns. Your soul peels. The way. And still you choose to go deeper. You cannot have it. You can never have it. Das war ein Kompliment. Das nehm ich an. Lily, please come back. I need you. Anna, is he taught? Is he taught? Hello? My name is James. What's yours? The weight of this sad time we must obey. Speak what we feel. Not what we ought to say. Okay. Okay. I think. I hope it's really long. I hope it's really long. Well, we could have to keep off. I hope it's really long here. I hope it's really long here. I hope we can have one more time. I hope it was a little bit different. Let's go. I hope it's a bit scary. I hope it was a 1. Oh Gott. Sie ist weg. Sie ist weg. Ich habe Angst, dass etwas zu ihr passiert. Ich wollte nicht. Sie hat mir gesagt, zurück zu gehen. Nein, stopp es. Das ist nicht wahr. Oh Gott. Um. Was hier wieder? Oh Gott. Muss hier irgendwas hin? Okay, wir müssen hier lang, glaube ich sogar. Okay, I don't like this. Es ist gruselig. Will ich das machen? Oh Gott. Ich will nicht mit dir schlafen. Oh Gott. Ich komme... ... aus einem See von Unbeleidung. Ich habe lange für Affektion. Jetzt... ... ich muss dich bitten. Hier lang? Oh Gott. Ist es richtig, hier lang zu gehen? Ist es richtig, hier lang zu gehen? Anscheinend. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind in einem Badezimmer. Wir sind in einem Badezimmer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aber für dich für dich ist... Ich schwalziere meine Hassel. Okay. You are right. It is my fault. Yes, I can still save her. She can live on forever. Show me the way. I'll do what needs to be done. I'm the captain. Okay. Lead us, oh captain. We will follow you across the seven seas. The soul pays its debt. Oh god. Okay. Oh god. Okay. Oh god. Ich wusste jetzt nicht, was ich machen soll, aber das sieht so kompliziert aus. Holy verdammt. By the way, nicht mehr lange. Da haben wir eine Folge schon aufgenommen. Ich muss jetzt auch mal was trinken. Okay. Ich wusste nicht, ob ich da auch hinrennen. Die will alsoiosa Trauerste. So pays its debt. Das ist richtig schlimm. Es ist nur du und ich, Kapitän. Schlimm. Oh, sind wir gleich schon fertig? Hier sind wir wieder. Du hast es fast gehabt. Sie lief zu mir. Sie lief zu mir. Sie lief zu mir. Sie lief zu mir. Sie lief zu mir! Sie lief zu mir. 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 Was? Einen wunderschönen Abend Tag Keine Ahnung, wann das Video schaut Ähm, wir gucken jetzt nochmal kurz oben Kann man noch wieder durchgucken Oh, okay Ja, haut rein, macht was draus und Tschau Leute